Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Montag, dem 2. Mai 2022. Wir befinden uns also in einem neuen Monat und ihr hört die Geek Talk Daily 1190. Heute mit den Themen Huawei, Stadia, Tim Cook, Outer City, Medion und Apps. Ich starte gerade zuallererst mit Huawei, denn die haben gegen Mitte, Ende letzte Woche nochmals richtig abgeliefert. Das heisst, neue Produkte vorgestellt, aber kleines Vordings, das meiste wird vorerst zuerst mal in China auf den Markt kommen. Wir sehen dann, wann es dann in die Schweiz kommt. Vielleicht wissen wir da bald schon mehr. Genau, Huawei Mate XS2, das neue Foldable, wurde vorgestellt. Und wie schon der X-Version lässt sich das auch nach aussen falten. Das heisst, das Display ist aussen dran und lässt sich so rumfalten, dass wenn es zusammengeklappt ist, aussen das Display ist und nicht innen. Und somit du immer die beste Kamera hast, wenn du dann da irgendwas damit machst, weil die aussen dran angemacht ist. Ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Ich möchte es einzig und allein vor allem mal in den Fingern halten und schauen, wie sich das anfühlt. Schon der Vorgänger hat sich sehr gut bewährt im täglichen Test. Aber ich bin gespannt, wie das dann ist mit dem Neuen. Grosse Freude wird es nicht geben im Sinne von, dass es einen Langzeit-Test geben könnte. Denn so wie schon der Vorgänger und das mittlere Modell, kommt auch dieses wahrscheinlich nur in China auf den Markt. Harmony OS 2 ist als Betriebssystem drauf. Ihr habt ein Snapdragon 888er, eine Spezialeinfertigung ohne 5G mit drin. Und ansonsten einfach ganz viel Technik. Ein schönes Gerät, wie ich finde. Und es fühlt sich auch gut an, kann ich mir vorstellen, wenn ich so die Bilder und Videos anschaue. Aber ja, gehen wir weiter zu der Huawei Watch GT 3 Pro. Auch die Pro-Serie hat ein neues Modell erhalten. Neu jetzt mit dabei ist die EKG-Funktion. Endlich kommt sie dann schlussendlich hoffentlich auch zu uns nach Europa. Dürfen wir mal gespannt sein. Was hat es sonst drin? So ziemlich alles, was man vorher schon hatte. Wir haben Keramik beim kleineren Modell. Wir haben Titan beim grossen Modell. Und optisch, da muss ich es einfach immer wieder sagen, schauen halt die Huawei-Uhren schon am fast geilsten aus. Irgendwie, finde ich doch. Weiter geht es mit einem bisschen günstigeren Einstieg im Bereich Fitness. Ein Fitness-Tracker. Das Huawei Band 6, was das Band 7, was das 6 vom letzten Jahr ablöst. Hier hat sich nicht allzu viel getan. Ein bisschen neue Sensoren sind da vor allem mit dabei. Sensoren im Sinne für die Herzfrequenzmessung, den Blutsauerstoffgehalt, Erfassung, aber auch für die Schlafgeschichte in der Nacht. Da ist was Neues mit dazu gekommen. In China gibt es neben dem normalen Modell, was wir hier normalerweise haben, auch eines mit NFC. Leider aufgrund nicht existierendes Huawei Pay hier nicht bei uns. Das hätte ich mir sehr, sehr gehofft. Vor allem auch für meine Töchter. Weiter geht es mit Stadia. Google hat es endlich geschafft und hat das gemacht, was sie schon länger angekündigt haben. Der Stadia-Store hat ein Redesign bekommen. Gefällt mir sehr gut. Ich bin vorher nur kurz drauf gewesen, um mein monatliches Ich-hol-mir-alle-me-meine-Games-ab durchzuführen. Ich muss mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber so die ersten Blicke auf den Store schauen schon recht gut aus. Habt ihr gut gemacht. Ich bin mal gespannt, was an der Google I.O. dazu hingehend kommt. Was sie da dann schlussendlich vielleicht noch was Neues vorstellen. Ich hoffe doch sehr schwer. Dann hat rund um die Quartalszahlen von Apple auch Tim Cook in einem Interview von der CNBC gesagt, dass sie sehr viele Switcher von Android zu iPhone haben, dass nicht nur das iPhone-Markt stark angestiegen ist, sondern auch der Bereich. Und das ist ja deshalb besonders spannend, weil Apple ja der Einzige ist, wieder mal, der es geschafft hat, im Plus zu sein. So durch die Band sozusagen alle anderen Hersteller sind recht stark abgerutscht im ersten Quartal dieses Jahres. Ich bin da mal gespannt, wie sich das dann weitergeht in den nächsten Monaten, bis dann irgendwann halt das Weihnachtsgeschäft kommt. Audacity, das ist eine Software, wo zum Beispiel aktuell jetzt gerade ein Podcast eingesprochen wird. Nämlich dieser hier. Eine Open-Source-Software, die richtig gut ist, die zwar einen neuen Besitzer bekommen hat vor einem circa halben Jahr und es da ein bisschen Aufruhr gab, aber nach wie vor eine sehr gute und kostenlose Software für Audio-Edition. Das Problem ist, wenn man unter Microsoft den Store besucht, den Microsoft Store, dann findet man dann ganz vieles, was Audacity ist oder sein möchte oder behauptet es zu sein und da darf man bezahlen dafür. Und da möchte jetzt der neue Besitzer dagegen vorgehen, bringt seine eigene App in den Microsoft Store einfach, um ihn eben da richtig zu platzieren, damit diejenigen, die die App möchten, nicht zu etwas Falschem greifen, weil da hat es richtig Crap-Zeug mit dabei. Nicht-Crap-Zeug ist der neue Million-Gaming-Notebook, der Eraser Beast X3. Seit circa zwei Wochen bei mir hier schon zum Testen. Ich konnte das eine oder andere spielen damit, so viel es die Zeit natürlich erlaubt hat. Was bekommt ihr hier für wenig Geld? Ganz viel Hardware. Da könnt ihr es anklicken und meinen ersten kleinen Eindruck mal nachlesen. Da steht dann auch drin, was für Prozessor gebaut ist, Grafikkarten und all das andere. 32 Giga RAM zum Beispiel und solche schöne Geschichten. Und natürlich steht auch drin, dass es Teil einen Lüfter hat. Lieben Gruß an den Maik an der Stelle. Bin mal gespannt, ob er das hier hört. Dazu gibt es sicherlich bald noch mehr zu hören zum Notebook. Zu guter Letzt gibt es noch Neuigkeiten zu Apple. Im Laufe der letzten oder vorletzten Woche haben sie ja erklärt, dass sie alte Apps aus dem Store schmeissen möchten. Grundsätzlich eine geschickte Idee. Mittlerweile hat Apple ein bisschen, nicht zurückgerudert, aber den Entwicklern ein bisschen mehr Zeit als nur die 30 Tage gegeben. Ein positiver Zug. Und das war auch ziemlich klar so, dass das so kommen wird. Weil anders natürlich für viele, vor allem kleinere Entwickler, nicht unbedingt machbar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das dann auf den App Store generell auswirkt. Und das Angebot, was da mit drin ist. Das waren es die heutigen Neuigkeiten, die ich für euch hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.